Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wir haben gerade Traverse Town verlassen und ich bin im Umgang mit Magie schon etwas besser als du Donald. Quatsch, bei dir ist doch alles nur Hokus Pokus. Vielleicht solltest du mal wieder zu Merlin üben gehen. Aha. So, und ich habe es wirklich falsch gemacht. Ähm, was heißt falsch? Ich habe es in der, in dem Cut in der letzten Folge, bin ich ja nochmal dahin gereist und, ähm, habe das versucht, was ich jetzt tun werde. Habe es aber falsch gemacht. Also, für alle die, die ein bisschen abseits kommen und es wirklich falsch machen. So, ihr seht ja hier, die anderen rundherum haben ja 12 Uhr. Und hier war ich so schlau und habe hier in der Mitte gegen gehauen. Ich steppel und man soll hier hinten gegen den Zeiger hauen, wodurch dieser weiterrutscht. Wirklich ganz am Ende. Und hier war ich so. Und somit verschließen wir auch dieses Schlüsselloch. Navigumini erhalten. Was? Navigumini? Hey, Zora. Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Sie soll den, äh, soll in der Nacht des, äh, Meteoritenschauers. Die Nacht des Meteoritenschauers. It was reckless to bring her here without at least using a vessel. Remember, relying too heavily on the dark powers could cost you your heart. A castaway. Though his world perished, his heart did not. When we took the princess from his castle, he apparently followed her here through sheer force of will. But fear not. No harm will come to you. He is no match for your power. Your power? Yes. The untapped power that lies within you. Now, child, it's time you awaken that power and realize your full potential. Oh weia, oh weia. Peter, are you really going back to Neverland? Afraid so. But we can see each other anytime. As long as you don't forget about Neverland that is. Oh boy, she's getting steamed again. Do me a favor. Look after her for me, will ya? What? Naseweiß kann gerufen werden. Sora hat Fee-Narfe erhalten. Und wir haben Gleiten erhalten. Gleiter. Tja Leute, ähm, das war einfach der fehlende Punkt, der mir fehlte. Ich war so blind, ich hab's einfach rübersehen. Oder vergessen. So, Sora kann immer noch nicht mehr lernen. Aber wir haben eine Gruppen-Ability. Gleiter. Rausrüsten. Und damit können wir, ja, gleiten. Hier können wir jetzt noch rumfliegen. Aber hier sind wir soweit erst einmal durch. So. Dann wollen wir mal. Zack. Ah. Selbstmord gefährdet. Was passiert eigentlich? Warte mal. Ich will das nur mal kurz wissen. Was passiert, wenn ich das hier mache? Alles klar. Es gibt keinen Selbstmordsucher. Dann auf, auf und hinauf. Äh, dahin. So. Ähm. Zack. Gummijet. Wehenkladens Trophäe erhalten. Wir haben das Navigumini gefunden. Wir sollten zurück nach Travers. Sid wird uns anbringen. Traverse-Down-Wappen. Mein Gummischiff, ey. Ich werde bald ein richtig cooles Bauen. Das hier ist ja jetzt noch die Alpha-Version. Ich baue den Millennium Falcon. Traverse-Down-Mitte. Das wäre eigentlich eine recht coole Idee, den Millennium Falcon zu bauen. Warum nicht? Äh. Zack. Und da wären wir. Ja, falsche Richtung. Roll. Roll. Oh, ich habe noch zwei Mails erhalten. Einwerfen. Postkarte 6. Elixier. Postkarte 7. Final Elixier. Alles klar. Fehlen nur noch vier. Hier in der Stadt. Achso. Ich gucke mir mal die Waffe an. Die ist ja in allen Werten besser. Die Feenharfe. Und so schnell ist das eine Schwert ersetzt. Schade, dass man die Schwerte nicht irgendwie auflüpeln kann. Dass man nach Wunschbelieben sein eigenes Schwert aussuchen kann. Naja, okay. Ansprechen. Hey, habt ihr das noch, das, ähm, habt ihr da noch Naviguminis? Ich wette, das sollte euch, äh, das soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Okay, wartet hier. Ich baue es, ähm, sofort ein. Ich baue es, äh, das soll euch einbauen. Ich baue es, äh, das soll euch einbauen. Der König sagte uns, äh, das soll euch einbauen. Und wir finden uns, äh, das soll euch einbauen. So, wenn wir uns zusammenbleiben, dann wird alles gut funktionieren. Du musst einfach glauben in dir selbst, das ist alles. Just believe. Ich glaube in dir. Wo bin ich? Vor langer Zeit in einer Zeit des Friedens lebten die Menschen in dem Wärmen des Lichts. Jeder liebte das Licht. Aber eines Tages begangen die Menschen, um das Licht zu kämpfen. Und die Dunkelheit ergriff Besitz von ihren Herzen. Die Dunkelheit breitete sich aus und verschlang das Licht. Und die Herzen der Menschen. Sie hüllten alles ein und die Welt verschwand. Aber kleine Reste des Lichts überlebten. In den Herzen der Kinder. Mit diesen Lichtresten bauten Kinder die verlorene Welt wieder auf. Es ist die Welt, in der wir heute leben. Aber das wahre Licht schläft. Tiefe Männer sind in der Dunkelheit. Deswegen sind die Welten immer noch verstreut. Und voneinander getrennt. Aber eines Tages wird sich eine Tür zum Innersten der Dunkelheit öffnen. Und das wahre Licht wird zurückkehren. Also hört zu. Tief in der Dunkelheit wird es immer ein Licht geben, das dich leitet. Glaub an das Licht, dann wird dich die Dunkelheit nie besiegen. Dein Herz wird heller strahlen und die Dunkelheit zurückdringen. Verstehst du, Kairi? Kairi? Oh, ich würde euch gerne schon an dieser Stelle spoilern. Ich hebe es nur noch ein wenig auf. Ich habe das Navigummi eingebaut. Aber vergiss nicht, da wimmelt es von Herzlosen. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Hm? Hier, nehmt das mit. Morphogummi. Ja, da wären wir nun. So, wir haben unser Navigummi eingebaut. Und, ähm... Die Feenharfe. Naja, ist ein schönes Schwert. Kann man nix sagen. Ah, wir können... Ja, stimmt ja. Guckt mal. Wir können gleiten. Ah ja. Moment, Entschuldigung. La, 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 la. Ist das auch wie in den anderen Teilen, dass wir, wenn wir gleiten am Boden, immer noch weiter gleiten? Ne. In irgendeinem Teil war das aber so. Gut. Der nächste Plan ist jetzt aufzubrechen. Hier, zack. Dann nichts wie los. Auf in die neue Welt. Nicht so hast du, Donald. Wer weiß, was uns dort erwartet. Vielleicht sind noch wertvolle Items in anderen Welten zu finden. Es lohnt sich bestimmt. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Definitiv. Und wir können da hinten hin. Aber... Wir haben ja eigentlich auch noch die Arena des Olymps vor uns, ne? Mh... Ich mach hier mal kurz einen Abstecher. Tada! Denn auch hier müssen wir langsam mal vorankommen. Äh... Heroinplatz. Ah, falsche Richtung. Weißen Navigummis gehen... Äh, Quatsch. Navigummis Tritec gehen noch nicht. Und auch diese haben wir noch nicht. Aber... Ein paar verrückte Typen nehmen an diesem Spiel teil. Ja, 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 ja. Ja, kann losgehen. Arena des Olymps. Vorkämpfe. Na-da! Hast du gut gemacht, Donald. Die ersten Runden finden... Äh, fetzen wir jetzt einfach wirklich so durch. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, mal Blitz einzusetzen. Äh, lol. Die Dunkelpucks. Ja, das war gut. Die Blizzards. Hm. Für Daisy, okay. Warum nicht? Der kleine Punk ist dein nächster Spannender, okay? Jetzt nicht schrauben sie. Just take him out. Der große Gott der Unterwelt ist Angst, ein Kind? Sorry, aber mein Kontrakt sagt... Ich weiß! Du denkst, ich weiß nicht? Ich habe den Kontrakt! Ich weiß, es sagt, du bist nur notwendig, zu töten Hercules in diesem Turnier. Aber du musst den Kind kämpfen, um ihn zu kommen. Komm, komm! Komm! Hey, es ist wie das alte Gott sagt. Ruhige Nummer 11. Es ist alles nur ein Spiel. So lass dich los und mach mit ihm! Ich meine, eine Kassel-Tier-Tier-Tier-Tier-Tier-Tier-Tier. Es ist kein Problem, oder? Nun gut, weiter geht's! Die Preller! Vielleicht soll ich nicht all mein Mana verbrauchen? Oh! Hallo, Cloud! Wir kämpfen gegen Cloud! Ah! Au, verdammt! Oh! Aber wir haben viel trainiert. Das ist nur der... der erste Kampf. Oh! Damit hat ich allerdings nicht gerechnet. Oh nein! Junge, das war knapp! Das war Kerberos, äh, Kerberos. Der Wächter der Unterwelt. Herkules wird bestimmt mit ihm fertig. Andererseits vielleicht auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Einmal kurz speichern. Oder, äh, speichern, speichern. Speichern. So. Du wirst denn, äh, du wirst nicht in die Arena gehen. Kleiner, klar. Das ist kein Spiel. Das wird ernst gemacht. Ich hab keine Angst. Du kannst dir dann entscheiden, ob ich ein Held bin oder nicht. Sei vorsichtig, Kleiner. Hallöle. Hallöle. Gut, dann haben wir drei Köpfe direkt gegen, die wir kämpfen müssen. Ups. Ah, verdammt. Aber, der macht nicht viel Schaden. Dürfte relativ schnell vorbei sein. Hufi sitzt schon auf dem, auch nicht schlecht. Und, tadaa. Und, ins Gesicht. Da. Jetzt hast du noch mal. Inferno-Wahl erhalten. Na, das ist nur etwas, was du hast zu finden, für dich selbst. Nur wie ich habe. Kein Problem. Wir beginnen mit uns zu zeigen, in den Spielern. Es wird noch keine Spielern für einen Moment sein. Ich muss die Scheiße aus der letzten Spiel, erst mal. Okay, wir werden zurück. Winkwinkwinkwinkwinkwink. Heldenlizenz erhalten. Yeah, eine Lizenz. Ich wollte schon immer eine Lizenz haben. Oh, das klaut. Hey, are you all right? Yeah. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find the light. You'll find it. I'm searching, too. For your light? Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square, no dark powers involved. I think I'll pass. Surahperforierer erhalten. Okay, und was macht das? Ausrüstung, Ability? Mal kurz gucken. Ist das eine Ability? Analyse. Ach doch, ist eine Ability. Ziel wird durchstoßen. Kombo durch rechtzeitige Tastendrücken mittels, äh, mit Mittelkampftechnik? Hm. Okay, werde ich irgendwann einsetzen. Aber nicht mehr jetzt. So. Ich glaube, die, ähm... Die Arena können wir aber noch nicht wieder betreten. Oder? Du willst antreten? Komm später wieder. Wir sind noch nicht fertig. Du kannst mit Fässern trainieren, wenn du magst. Äh, wie ist es? Hast du die Nerven verloren, Kleiner? Mit Fässern. Ach. Als ob. So, speichern wir. So, und dann gehen wir... Achso, Navigummi ist draußen. Hoi, 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 hoi. Er ist stark. Er ist kind. Er ist immer da für dich. Und er ist wunderschön, um zu bieten. Er ist... perfekt. Perfekt. Perfektlich infuriiert. Er ist... Er ist verrückt. Wait a minute. Was hast du worried about? All die Pätschen sind in place. Relax. Oh, 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 oh. Hier ist was du. Lass Herkules trainieren den Kind. In den nächsten Spielen, ich will sie beide beziehen. Oh. Wer hat dich in die Party? Bleib aus. Das ist meine Show. Wie du möchtest. Kampf mit deinem Herz. Und damit in der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Hä? Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas Besonderes Tolles. Äh, okay. Na gut, dann zurück. Moment, haben wir da... Nice, Ranking. Okay. Mal schauen, ob wir jetzt bereit sind dafür. Du kennst die Regeln, oder? Oh, der Phil Cup. Äh, zu dritt. Na, dann schauen wir mal. Die Klettermaxe. Okay. 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 Tschüss. Aua. Na gut. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, aber ich verbrauche jetzt mal meine Magie nicht. Affenzauber. Affenzauber. Okay. Oh, da ist nur noch einer. Ich hab meine Magie doch verbraucht. Ach, die Bigfords. Ach, du grünen Neun. Die Füße auch noch. Ähm. Okay. 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 Sehr schön. Na toll. Der letzte noch. Die Gacken. Okay. 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 Schläft der einfach. Was geht? Na toll. Donald, verbrauchst du nicht all den Mana? Geschafft. Die Hitmana. Oh. Toll. Die Hand auch noch. Okay. Ach, schon kaputt. Also erstmal die Heilenden weghauen. Okay. 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 Ich glaube, es geht zehn Runden oder so. Dann. Was war das denn? Das wäre ein cooler Angriff. Okay. Den kannte ich schon nicht. Ach super. Der Körper auch noch. Ich habe es jetzt eine gute Idee gefunden, nochmal Zauber einzusetzen. Heldenlehrlinge. Die Kraft der Sterne erhalten. Gravitas hat sich so Gravitra weiterentwickelt. Krass. Ich hätte nicht geglaubt, dass du es schaffst. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würde es dich nicht freuen. Ähm. Mein Junge, du hast noch einen langen Weg vor dir. Die nächste Runde beginnt bald. Da geht es richtig zur Sache. Ich überspeichere mal. Und wir gucken mal kurz eben, gibt es da jetzt auch die Möglichkeit? Weil ich hätte gesehen... Oh. Ah, ist verschlossen. Ich will nochmal gucken. Zu dritt suche alleine. Ich kann es jetzt also auch alleine machen. Alles klar. Anfangs geht alles nur zu dritt. Ja, liebe Leute. Dann ein andermal. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch der Folge durch. Ich glaube, in der nächsten werden wir vielleicht noch ein, zwei Cups machen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Werden wir dann sehen. Also, ich danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ich bin mir, Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020